Für Borussia Mönchengladbachs mutigen Rechtsverteidiger Stefan Leiner steht eine spannende Reise bevor. Nach einem Kampf gegen den Krebs lehnte Leiner einen Sicherheitsvertrag ab und wartete lieber auf seine triumphale Rückkehr auf das Feld. Die aktuelle Saison war für Stefan Leiner eine Herausforderung, da er aufgrund seiner Diagnose Lymphdrüsenkrebs vor knapp einem halben Jahr nicht an offiziellen Spielen für Borussia Mönchengladbach teilnehmen konnte. Seine Belastbarkeit und Entschlossenheit werden jedoch nicht nur seinen eigenen Weg, sondern auch seine Zukunft im Verein neu definieren. Kürzlich machte Leiner mit der Teilnahme an einem Freundschaftsspiel gegen Deventer einen wichtigen Schritt in Richtung seiner Rückkehr auf das Feld. Die Begeisterung der Fans wächst und sie können es kaum erwarten, den Rechtsverteidiger wieder in Aktion zu sehen. Da sein aktueller Vertrag am Ende der Saison ausläuft, steht die Frage einer Vertragsverlängerung im Raum. Laut Sportbildbericht bot Borussia Mönchengladbach Leiner kurz nach seiner Krebsdiagnose einen Sicherheitsvertrag an. Dieser Vertrag würde dem Spieler die Aussicht auf einen Verbleib im Verein über den Sommer hinaus garantieren, ein übliches Angebot in ähnlichen Fällen von anderen Spielern verschiedener Vereine. Ziel dieser Maßnahme ist es, Planungssicherheit zu schaffen und dem Spieler in einer herausfordernden Zeit Vertrauen zum Ausdruck zu bringen. Überraschenderweise lehnte Leiner dieses Angebot jedoch im Gespräch mit Sportdirektor Roland Wirkus ab. Er machte deutlich, dass er es vorziehen würde, bis zu seiner Rückkehr auf das Feld zu warten, bevor er eine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung treffe. Diese Entscheidung spiegelt Leiners unerschütterliches Vertrauen in seine Genesung und seine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach wieder. Ob es sein Glaube an seine eigene Fähigkeit ist, Widrigkeiten zu überwinden, oder sein Wunsch, sich auf dem Feld zu beweisen, bevor er über seine Zukunft spricht, Leiner zeigt bemerkenswerte Entschlossenheit. Wenn er in der zweiten Saisonhälfte wieder spielen kann, wird der Rechtsverteidiger mit einer stärkeren Verhandlungsposition in die Verhandlungen gehen, ein echter Beweis für seine Widerstandsfähigkeit. Wie stehen Sie zu Stefan Leiners Entscheidung, den Sicherheitsvertrag abzulehnen und seine Rückkehr auf das Spielfeld abzuwarten, bevor er über eine Vertragsverlängerung spricht?